Führerschein Klass B56 Frage, mit welchem Verhalten von Kindern müssten Sie an Zebrastreifen rechnen? Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück. Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den Verkehr zu achten. Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung herannehender Fahrzeuge immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand. Antwort Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück. Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den Verkehr zu achten. Frage, eine Person im Rollstuhl schafft es nach dem Überqueren der Straße nicht, mit dem Rollstuhl den Bordstein zu überwinden, um den Gehweg zu erreichen. Wie verhalten Sie sich? Ich halte an und schalte die Warnblinkanlage ein. Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl. Ich hupe und fahre um die Person herum. Antwort Ich halte an und schalte die Warnblinkanlage ein. Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl. Frage, warum müssen Sie hier verzögern? Wegen des Motorrades Wegen des Kindes Wegen des Geländewagens Antwort Wegen des Kindes Frage, wie müssen Sie sich verhalten? Weiterfahren, weil sich Personen nur am linken Fahrbahnrand befinden. Anhalten, um den Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Weiterfahren, weil ausreichend Zeit ist, bis die Personen meine Fahrbahnseite erreicht haben. Antwort Anhalten, um den Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Frage, wie verhalten Sie sich? Ich breche den Überholwohrgang ab. Ich führe den Überholwohrgang zügig durch. Ich führe den Überholwohrgang vorsichtig durch. Antwort Ich breche den Überholwohrgang ab. Frage, warum müssen Sie hier verzögern? Wegen der Zugmaschine Weil maximal 80 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. Wegen des Überholenden PKWs Antwort Wegen des Überholenden PKWs Frage, während der Fahrt in einem Tunnel bemerken Sie ein Feuer in Ihrem Fahrzeug. Das Verlassen des Tunnels ist nicht mehr möglich. Wie verhalten Sie sich? Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und stelle den Motor ab. Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und lasse den Zündschlüssel stecken. Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und schalte die Warm-Link-Anlage ein. Antwort Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und schalte die Warm-Link-Anlage ein. Frage, welche Auswirkungen kann Haschisch-Konsum haben? Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen. Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten. Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen. Antwort Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen. Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten. Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen. Frage, in welchen Fällen dürfen Sie in eine Kreuzung nicht einfahren, obwohl Sie Vorfahrt haben? Antwort Wenn ich in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in meiner Fahrtrichtung stockt. Wenn ich ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern würde. Wenn ich links abbiegen möchte und wegen des Gegenverkehrs in der Kreuzung warten müsste. Antwort Wenn ich in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in meiner Fahrtrichtung stockt. Wenn ich ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern würde. Frage, wer parkt? Wer länger als drei Minuten hält. Wer vor einer geschlossenen Bahnschranke länger als drei Minuten wartet. Wer sein Fahrzeug verlässt. Antwort Wer länger als drei Minuten hält. Wer sein Fahrzeug verlässt. Frage, wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Meter Antwort Eine Straßenbahn fährt in Fahrbahnmitte und erreicht eine Haltestelle mit wartenden Fahrgästen am Fahrbahnrand. Wie verhalten Sie sich kurz vor Stillstands der Straßenbahn? Ich überhole die Straßenbahn, weil diese noch nicht steht. Ich bleibe hinter der Straßenbahn, um die Fahrgäste nicht zu gefährden. Ich brauche die Fahrgäste in dieser Situation nicht zu beachten, weil sie die Fahrbahn noch nicht betreten dürfen. Antwort Ich bleibe hinter der Straßenbahn, um die Fahrgäste nicht zu gefährden. Frage, wie können Sie auf der Autobahnhilfe anfordern? Über Autobahnraststätten. Über Notrufsäulen. Über die Telefonnummern 112 oder 110. Antwort Über Autobahnraststätten. Über Notrufsäulen. Über die Telefonnummern 112 oder 110. Frage, was geht hier? Ich darf ungehindert abbiegen. Ich muss in der Kreuzungsmitte anhalten. Ich muss den Gegenverkehr durchfahren lassen. Antwort Ich darf ungehindert abbiegen. Frage, an welchen Stellen ohne Vorfahrtregelnde Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links? An Straßenkreuzungen und Einmündungen. An Grundstücksausfahrten. Am Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches. Antwort An Straßenkreuzungen und Einmündungen. Frage, welches Verhalten ist richtig? Ich muss den blauen LKW vorlassen. Ich darf vor dem blauen LKW abbiegen. Ich muss den roten PKW vorbeilassen. Antwort Ich darf vor dem blauen LKW abbiegen. Ich muss den roten PKW vorbeilassen. Frage, welches Verhalten ist richtig? Ich muss warten. Der Radfahrer muss warten. Antwort Ich muss warten. Frage, womit müssen Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination rechnen? Mit Wildwechsel Mit stark verschmutzter Fahrbahn Mit wei der Tieren auf der Fahrbahn Antwort Mit stark verschmutzter Fahrbahn Mit wei der Tieren auf der Fahrbahn Frage, was erwartet Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination? Eine Arbeitsstelle, die eine Länge von etwa 100 Meter hat. Eine Arbeitsstelle, die nach etwa 100 Meter endet. Eine Arbeitsstelle, die in etwa 100 Meter Entfernung beginnt. Antwort Eine Arbeitsstelle, die in etwa 100 Meter Entfernung beginnt. Frage, wodurch kann beim Fahren eine vermeidbare Lärmbelästigung entstehen? Durch unnötig starkes Beschleunigen Durch schadhafte Schalldämpfer Durch Fahren mit niedriger Drehzahl Antwort Durch unnötig starkes Beschleunigen Durch schadhafte Schalldämpfer Frage, warum müssen Sie besonders vorsichtig sein, wenn Sie an Ihnen unbekanntes Fahrzeug fahren wollen? Weil Sie noch nicht wissen, wie das Fahrzeug beim Bremsen reagiert. Weil Sie noch nicht wissen, wie sich das Fahrzeug bei höherer Geschwindigkeit in Kurven verhält. Weil die Bedienungseinrichtungen und die Abmessungen des Fahrzeugs ungewohnt sein können. Antwort Warum müssten Sie bei starkem Regen die Geschwindigkeit verringern? Weil der Bremsweg länger wird. Weil Aquaplaning, Wasserglätte, auftreten kann. Weil die Sicht schlechter wird. Antwort Weil der Bremsweg länger wird. Weil Aquaplaning, Wasserglätte, auftreten kann. Weil die Sicht schlechter wird. Frage Der Überholende hat sich offensichtlich verschätzt. Was müssen Sie tun? Sofort bremsen und nach rechts ausweichen. Wie bisher weiterfahren? Antwort Sofort bremsen und nach rechts ausweichen. Frage Sie werden überholt und der Gegenverkehr kommt gefährlich nahe. Trotzdem setzt das andere Fahrzeug den Überholvorgang fort. Wie verhalten Sie sich? Ich fahre äußerst rechts und erhöhe die Geschwindigkeit. Ich fahre äußerst rechts und verringere die Geschwindigkeit. Ich fahre äußerst rechts und behalte die Geschwindigkeit bei. Antwort Ich fahre äußerst rechts und verringere die Geschwindigkeit. Frage Beide PKW wollen hier parken. Wer hat Vorgang? Der rote PKW Der weiße PKW Antwort Der rote PKW Frage Sie haben Ihr zugelassenes Fahrzeug verkauft. Der Käufer hat bezahlt. Was müssen Sie tun? Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der Zulassungsstelle mitteilen. Die Prüfplakete vom amtlichen Kennzeichen entfernen. Dem Käufer die Fahrzeugpapiere, Dem Käufer die Fahrzeugpapiere, Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis, gegen Empfangsbestätigung aushändigen. Antwort Sie fahren einen PKW und während der Fahrt klingelt. Die Bedienung des Mobiltelefons darf während der Fahrt nicht mehr als 15 Sekunden in Anspruch nehmen. Zum Telefonieren muss der Motor ausgeschaltet sein. Zum Telefonieren muss die Fahrt unterbrochen werden. Antwort Zum Telefonieren muss der Motor ausgeschaltet sein. Zum Telefonieren muss die Fahrt unterbrochen werden. Frage Ihr Fahrzeug hat Heckscheibenheizung und beheizbare Außenspiegel. Was müssen Sie vor dem Losfahren tun, wenn das Fahrzeug vereist ist? Eisentfernen von Front- und Seitenscheiben. Eisentfernen vom Glasschiebedach. Eisentfernen von Heckscheibe und Außenspiegeln. Antwort Eisentfernen von Front- und Seitenscheiben. Eisentfernen von Heckscheibe und Außenspiegeln. Frage Was kann die Ursache für den Ausfall eines Schlosslichtes sein? Anlasserdefekt. Glühlampe defekt. Sicherung durchgebrannt. Antwort Antwort Glühlampe defekt. Sicherung durchgebrannt. Frage Das Auspuffgeräusch ist plötzlich lauter als normal. Was tun Sie? Motorluftfilter erneuern. Nichts, weil niemand gefährdet wird. Antwort Auspuffanlage überprüfen. Antwort Auspuffanlage überprüfen. Vielen Dank für das Ansehen dieses Video und wünschen Ihnen Ihr Führerscheinwald erhalten. Abspuffanlage überprüfen. Untertitelung.